Man merkt, ich höre immer dreister, je öfter ich runterfalle, weil sie sind nicht mein Problem, weil Minecraft nicht von mir ist! I am slowly, but surely. Langsam aber sicher, gehe ich hier vorm Rechner ein. Okay, das ist... Hebelnümerünö. Ach, ich gehe nicht die Runde. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier so oft cheaten muss, aber am Ende fahrts mich nur wieder runter. Das ist einfach Zeit, die... Wäre das jetzt hier Multiplayer, wäre es anders, weil dann hätten wir... mehrere Chancen. Müsste ich nicht alles alleine mal... Hachen... Okay, ich könnte euch freuen, wahrscheinlich... Wweweweweweweweweweweweweweblu правbläh... Ich bleibe jetzt auch gleich creative, weil ich habe keinen Bock, mich tatsächlich wieder zu ändern... nicht so springen es ist kein es sind kein schwierigen Tams aber wenn es sobald ich um Sprinten will Nö Nö die ist nur und vor der Wien letztes jetzt rechts ich rate jetzt mal wo wir hin müssen Schade dass ich das Easter Egg nicht erwischt habe Apropos ist eigentlich hier hinten Willkommen hinter den Kulissen Checkpoint dann klettern wir doch hier ein bisschen weiter höch im Kopf des creepermans Okay das war mal das war das war das war das war ich das war das war das war das war ja ja hmm mhm crikey und die und minecart das war das war das war das war das war die die hohe das hohe die hochkomm er hat es sollte möglich sein darunter zu packen ich werde hier nicht tun weil ich weiß jetzt schon dass ich in die laba fallen werde was euch natürlich super eine super wie nennt man es eine mega Freude machen etwas eine mega Freude bereiten wo sich befinden nur dass ich es weiß ich kann herunterzufallen ich werde schon rausfinden kann ich da rüber es ist ein riesiger Pilz schon wieder ein Osterjäger wir haben zwei ja jetzt haben wir fünf Osterjäger schon gefunden au Crikey au nun ach schön er werde mich noch leiden sehen öfters oh coole Kettenreaktion da muss einfach schon so ne Zelda Musik kommen so so ähm didledledledlededem das wäre schon geil äh aha beast mode au da hätt ich aber jetzt gestaunt wenn ich mit beast mode da durchgekommen wär ich didn't even jump jetzt ich würde sagen ich glaube ich glaube zu wissen wo ich hin muss jetzt aber da muss ich genau auf die Spitze weil er nicht diagonal äh nicht vor mir steht sondern ein bisschen zur Seite muss ich auch ein bisschen zur Seite springen mal schauen ob ich es umsetzen kann jetzt auch die Erklärung jawohl will ich das oh es gibt zwei mögliche Schalter Kombinationen ahja du kommst hier nicht rein zwei drei vier nein das geht nicht ok oh cool und nämlich hier soll ich wohl das Licht ein bisschen stören also das mit den Connected Textures das sieht echt schneidiger aus me gusta hey Junge ich hoffe das ganze ist jetzt nicht im Video so ein ganz so ein richtiger Flimmerkasten ich bin echt zu blöd dazu ich bin echt zu blöd dazu komm schon dich ury ich Adam